So moin, Leute, ich komme zu HFL 17, was geht. Ich habe hier schon ein bisschen Häuschen gefahren, in der eigentlichen zweiten Folge. Da habe ich aber vergessen, das Mikrofon anzuschalten, also ist die erstmal Müll. So, das habe ich gesehen, dass wir ein bisschen Diesel brauchen, Brennstoff, was ist Brennstoff? Wahrscheinlich Diesel. Denke ich mal. Fahren wir halt einfach mal Diesel holen. Also, das ist eine Info, ich fahre hier mit Head-Tracking. Wahrscheinlich werde ich nachher fünfmal ans Mikrofon stoßen. Jetzt müssen wir schauen, ob es ein bisschen umbauen ist, es geht ja nicht so. Ich weiß nicht, ob es geht, ob es geht. Ich weiß nicht, wo der Händler ist. Hm, ganz da unten. Nice. Können wir schön weit fahren. Da war eben eine Straße runter. Dann sind wir schön, ganz da unten hin. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Alles klar, das Zug. Ja, wenn es Zug ist, dann ist es ja eine Straße. Alles klar. Ja, ich war ja auch nicht so verwechselt. Ich kann noch einen Kurs, der Kurs machen. Ach, Tanten können wir auch gleich hier. Und hier ist es ja nicht so verwechselt. das zeichnet sich anscheinend so falsch oh fuck oh, find that good shit Ah ja, hier ist eine Tangerinsgestellung. Perfekt. Ah, nice, vielleicht kann ich das so aber wieder hier hinstellen, oder auch nicht. Stopp, so, noch Abrechnungen hier, ja, warten Sie, ich gucke hier, was weiß ich nicht. So, 20.500 Liter, ja, okay, ja, tschüss. Boah, ich hab mir da keine Säge. 24.000 Euro. Boah, das ist immer ein bisschen was. Schon wieder ein Chills. Das ist immer ein bisschen was. noch einen Marker setzen. Mal gucken, ob das der weitere auch alles packt hier. Ah, fuck. So, Leute, ich war dann die Waltra. Hinter uns Sägewerk. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.